Okay, es sind einige Dinge passiert. Ich habe mir die kleine Tag- und Nachtmusik geholt, ich habe Dolores mit ihren Briefen geholfen, ich habe den, äh, nicht Leuchtturm, doch, den Leuchtturm und die Windmühle, die habe ich zum Drehen gebracht, aber den Leuchtturm noch nicht zum Leuchten. Ansonsten ist, glaube ich, nicht viel passiert. So, und jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen nach einer etwas längeren kleinen Abwesenheit. Sorry. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter und zwar bin ich erstmal zu den Markierungen gefahren auf der Karte und, äh, als erstes die im Norden und der Fisch sagt mir hier, fahr fünf Regionen nach Süden und eine nach Osten und du kommst zur Firninsel. Da findest du ein Artefakt, das dich schwer macht wie ein Berg, denn ihr werdet gleich sehen, warum wir das brauchen. Also, fünf Regionen nach Süden und eine nach Osten. Und ein Berg trotz natürlich jedem Orkanwind, wenn du verstehst, was ich meine. So, das wär's. Okay, okay. Und, ja, das war auch mein letztes Futterstück. Bissi Tage. So, da müssen wir nämlich eigentlich hin, weil ich, guck mal auf meiner Karte, fünf nach Süden. Eins, zwei, drei, vier, fünf und eins nach Osten. Dann weiß ich, wo ich hin muss. So, und ich zeige euch kurz, ich zeige kurz, da müssen wir hin. Und es ist sehr windig. Und da kommen wir nie im Leben vorbei. So, deswegen. Ich würde sagen, ich fahr dann jetzt mal den Weg ab, den Mr. Fischifisch gesagt hat. Und dann sehen wir uns gleich direkt doof. Aber eigentlich bin ich doof. Warte mal. Wie ging das? Kanon des Sturms war das, glaube ich. Nein, so nicht. So. Vielleicht komm ich ja in die Nähe. Das wär super. Dann brauch ich nicht so viel rumschiffen. Ja, genau da unten muss ich hin. Eins nach rechts. Ja, bitte. Geht doch viel schneller so. So geht es viel, viel schneller. Tö, 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 tö. Und ich muss jetzt da lang. Das müsste dann auch schon... Zumindest eine von den beiden... Die, die müsste es, glaube ich, sein. Diese Insel. Insel direkt vor Kopf. Das Meer wird so ruhig. Genau. Wir haben ja... Oh, hier gibt's Ärger. Das kommt noch härter. Warte. Den mach ich platt. Wir haben ja... In einer unserer Sammelfolgen... Ja, ich mach schon. Ich mach schon. Hier, da. Bumm, bumm. Bumm, bumm. Der haut ab. In einer unserer Sammelfolgen haben... Wir ja... Wow. Hilfe. Eispfeile und Bogen bekommen. Äh, Eispfeile und Feuerfeile. So war's. Das wird uns jetzt von Nutzen sein. So. Nein, ich... Wollte nicht noch weiterschießen. Na gut. Ähm... Lass mich mal kurz schauen. Eispfeile. Ne, Feuerfeile brauche ich hier. Ich muss kurz gucken, wie man die wechselt. Nein. Nein. So nicht. Nein. Wie funktioniert das denn? Ich probiere einfach mal ein paar Tasten aus. Glim, glüm. Gibt's doch nicht. Wie wechsle ich den Kack? Nein, so nicht. Äh, das steht bestimmt im Menü. Warte mal. Ja, da will ich das hinhaben. Eine Sekunde. Durchdrücken von ZR. Hab ich doch gemacht? Wieso funktioniert das nicht? Ich hab keine... Ah, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Ich habe keine Magie. Okay, da muss Omas Suppe herhalten. Ich bin ein Trottel. Ohne Magie wird hier gar nichts gemacht mit Feuer oder Eis. Da, jetzt funktioniert das nämlich. Tada. Babam. Muss ich näher ran? Muss ich direkt drauf schießen? Hier so? Ja. Direkt auf den Kopf muss ich schießen. Und Endtimer geht los, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ich erinnere mich. Wie toll. Nicht. So, die Kiste lasse ich wohl... Obwohl... Ich schon mal hier bin. So. Mach ich auch die Kiste auf. Ich mein, ich hab fünf Minuten. Was soll mir schon passieren? Ich werde erfrieren. Das wird mir passieren. Eine Schatzkarte. Wunderbar. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier hochkomme. Es ist sehr rutschig. Ich hätte das vielleicht vorher nachschauen sollen. Hallo? Wo komm ich hier? Hier hoch. Da. Rauf da. Und dann muss ich irgendwie... Darüber kommen. Und ich sehe... Da... Ach nee, das ist... Bin ich jetzt tatsächlich einmal im Kreis gelaufen? Ja, super. Da. Da. Mami. Nein, 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 nein. Das ist Rutschi hier. Wie er losschreit. Hallo? Könntest du mal bitte springen? Ha. Da. Da. Er macht so geile Geräusche. Da. Hä? Und. Hä? Alles klar. Dreieinhalb Minuten noch. Uiuiui. Dreieinhalb Minuten, ehe ich erfriere. So, und es ist ganz schön dunkel hier, findet ihr nicht? Ja, ich weiß, Fledermäuse und so, aber davon will ich mich jetzt gerade nicht stören lassen. Nicht wirklich. Geh weg! Du auch. Geht alle weg, am besten. So, hier ist nur ein Krug eigentlich, aber... Oh, Magie! Ah, oh nein, ich bin ausgerutscht! Oh, Feen. So, am besten direkt platt machen. Wo ist er? Da. So, dann stören die mich nicht. Rutsch, Batti! So, zweieinhalb Minuten. Schreit hier vor sich hin, der Arme. Jörbeling! Ja, die Eisenstiefel! Okay, jetzt muss ich aber auch rechtzeitig hier wieder rausfinden und ich sehe, dass da Wind rauskommt. Das ist vielleicht nicht so toll. Kommt das mal die ganze Zeit raus? Dann falle ich doch runter. Nein, ich muss direkt die Items benutzen. Hier. Babam! Dann fliege ich nicht weg. Ah, der Timer ist jetzt vorbei. So, jetzt kann ich hier die Eisenstiefel benutzen. Darf ich da ans Loch fallen? Ist das ein Geheimnis? Oh! Und was ist das für ein Geheimnis, das hier? Hallo! Ich habe die Eisenstiefel nicht wieder ausgezogen. Das hat er jetzt von alleine gemacht. So, dich befreien wir auch mal. Warte mal. Warte. Ey! Ach, ich habe ihn nicht anvisiert gehabt. Ach so. Dann wird das natürlich nichts. So. Gibt das hier vielleicht ein Herzteil? Ich bin froh, dass der Timer übrigens nicht mehr läuft. Sehr, sehr froh. So. Dann wollen wir hier auch mal aufmachen. Hallo! Eigentlich haben sie sich gegenseitig bekämpft. Aber hey. Ups. Aua! So. Weiter geht's mit dem. So, was bringt das jetzt? Eine Kiste. Sehr gut. So, das nehme ich natürlich an mich. Und die Kiste natürlich auch. Ich schätze aber, es ist noch nicht meine Schatzkarte. Sondern einfach ein orangener. Uh, ein wertvoller Rubin. Okay. Das, das lasse ich mir gefallen. Wie geht's denn hier wieder raus? Ach, da. Das ist nur ein Krug. Okay. Ich würde sagen, da wir in der Nähe von der anderen Insel ist, wo schon eine Markierung auf der Karte ist. Warum ist die Musik so bedrohlich? Wow! Okay, weil ich bombardiert werde. Warum werde ich bombardiert? Uh! Bombardiert. Ach, von dem da. Oh nein. Okay, ich ertrinke hier nicht. Warum ertrinke ich hier nicht? Aber warum ist der wieder da? Ich hab den doch platt gemacht. So, wo ist mein König? König? Boot? Königboot? Bootkönig? Hallo, da ist er. So, eigentlich könnte ich fix zur anderen Insel, wo ich hin muss, um mein Masterschwert aufwerten zu lassen. Weil das ist praktisch nebenan. Da werde ich jetzt mal kurz rüberdüsen und mal schauen, was der Fisch dort sagt. Falls ich... Ach, ich brauche auch noch Futter. Oh, Futter brauche ich auch noch. Dann mache ich es anders. Warte. Dann reise ich jetzt einfach schnell mal nach Präludien, werde ein Kuruf hegen und dann zur Insel rüber schippern und mir anhören, was der Fisch dann an dieser Insel zu sagen hat. Ich glaube, ich habe die Feuerinsel sogar schon mal gesehen. Warte mal. Hallo. So, hier zu dir will ich. Genau zu dir. So, ich habe ganz viel Geld zum Ausgeben und möchte VIP-Kunde werden. Bitte. Bitte. Hallo. So, das möchte ich kaufen. Ja. Thank you. 18 Punkte. So, weiter geht's. Thank you. Bitteschön. Thank you. Nur noch 10 Punkte. Bitte. So, davon hole ich mir auch noch eine. Und ein letztes Mal Futter. Das sollte dann erstmal reichen. So, dankeschön. Tschüss. Ui. Okay. Dann lass uns zur Nachbarinsel fahren. Okay. Buui. Die nicht da ist, sondern da. Da muss ich hin. So, ich habe das auf der Karte zwar schon aufgedeckt. Ich hole mal kurz die Futtertasche raus. Zwar schon aufgedeckt. Ich weiß nicht, was der Fisch zu sagen hat. Da ist er auch schon. Das muss ich mir anhören. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Denn auch auf dieser Insel können wir nicht einfach so. Wegen irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr wegen was. Wegen was nochmal? Ach, weil ich den Felsen nicht wegkriege. Ich erinnere mich. Okay. Fischi, Fischi, Fisch. Wo muss ich hin? Sag mir, wo ich hin muss. Hier, bitteschön. Einmal Futter. Nom, nom, nom. Hey, Jungchen. So. Gibst du in die Höhle, deren Eingang wegen diesem heftig schweren Felsen unzugänglich ist, da würdest du schon gerne mal einen Blick reinwerfen, was? Ich kann es dir nicht verdenken. Und blablabla. Reise vier Regionen nach Norden und drei nach Osten. Und du kommst zur Ignis-Spitze. Okay, vier nach Norden und drei nach Osten. Okay. Vier nach Norden und drei. Ja, ist okay. Ist doch okay. Ja, ich habe einen tollen Bogen. Danke. Was? Falls du gerade nichts anderes zu tun hast, könnten wir ja ein kleines Spielchen machen. Vier nach Norden, drei nach Osten, muss ich mir merken. Ja, gut. Dann machen wir ein Spielchen. Ich gebe dir zehn Pfeile und du versuchst, mich damit zu treffen, während ich ein paar Luftsprünge mache. Nein. Na. Nee. Hä? Nein. Nein, ich will nicht. Ich muss. Okay. Wo bist du denn? Ach, da. Das ist ja gemein. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas echt überhaupt nicht. Wie du siehst. Warum? Warum? Einmal. Ich habe es einmal geschafft. Zweimal. Okay. Jetzt habe ich einen Lauf. Ja. Okay. Ich kann es doch. Oh, wie erschreit, der Arme. Aber er wollte es so. Er wollte es. Ich kann da nichts für. Okay. Ein paar Mal habe ich ja getroffen. gerade mal lumpige sechs. Ja, Entschuldigung, aber hey. Das sind leicht verdiente 60 Rubine. Ähm. Nein, ich wollte nicht absteigen. Ich wollte eigentlich mein Menü dazu machen unten. Okay, pass auf. Drei. Ne, vier nach Norden, drei nach Osten. Das ist unter Draconia, wenn mich das nicht täuscht. Ne, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, ja. Hier, unter dieser Insel. Unter Draconia. Da würde ich ein Artefakt bekommen, um den Felsen hochzuheben. Das können wir jetzt noch machen. Aber dann. Dann ist es vorbei. Die Folge. So. Warte mal. Das hört sich... Ich höre jemanden ein Instrument spielen. Hast du das auch gehört? Ach, natürlich. Das ist Dingens. Ähm. Wie heißt die Tante? Meduli. Das hört man nur hier unten, weil sie da oben spielt. So. Da muss ich hin. Ja. Genau. Hier? Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Hier muss ich hin. Oh, guck mal. Da ist eine Karte. Also, ähm. Keine Karte, sondern ein Schatz. Aber ein sehr wertvoller Schatz. Und ich frage mich gerade, welcher das ist. Ich gehe gerade hier meine Kärtchen durch. Ah, ich habe hier sogar noch eine ungeöffnete. Oh, ich habe hier sogar noch eine ungeöffnete. Da, ich habe sie auf dem Schirm. Oh, es wird Tag. Moment, ich muss noch kurz hier die Items austauschen. Nochmal auf die Karte gucken. Hier müsste das irgendwo sein. Hier müsste das irgendwo sein. Warte, ich bin gleich direkt drauf. So. Hier. Ich finde es immer noch schade, dass du nicht sehen kannst, was ich hier auf meinem Gamepad sehe. Aber ich sehe noch nicht ganz einen oder bin noch zu geizig dafür. Wow. Ein bisschen zu geizig dafür, 40 Euro für einen Pro-Controller auszugeben. Kaufe ich mir lieber ein Spiel für. So, Achtung. Keine Feuerpfeile brauche ich hier, sondern Eispfeile. Äh, muss ich da oben drauf schießen? Ja. Oh. Okay. Und das gibt natürlich wieder ein Zeitlimit. Ich mache es mir mal eben einfach. Ach. Hier muss ich hin. Stopp. Nee. Da hört man den Vogel schon. Der hat doch einen Piep. Okay, doofes Wortspiel. Egal. Ich muss hier rüber. Uh. Sehr gut. Ah. Hauen sie ab. Und eigentlich hatte ich vor, die Folge nicht so lang werden zu lassen. Aber ich kann jetzt auch schlecht eine Pause machen. Weil beim Zeitlimit. Deswegen mache ich das jetzt doch noch schnell. Nein. Ähm. Oh, dann wirst du auch noch abgeballert hier. Äh. Na gut. Nochmal. Hier hoch. Und vielleicht hier. Du schießt mich nicht ab da unten. Nein, nein. Geh mir bloß weg. Oh, wow. Wenn der mich trifft, ne? Bitte trifft mich nicht. Bitte nicht. Juhu. Wow. Der ist schneller losgerannt, als ich dachte. So, dann noch einmal hier hoch. Und hier hoch. Und dann kann ich rein. Hot. Hot, 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 hot. It's getting hot in here. Ich hab dich doch gesehen. Ich hab dich. Ich... Ich seh dich. Du da. Genauso wie du. Bleiben sie hier. Ich hab keine Lust, dass die mich treffen eigentlich. Ah. Oh nein. Ich hasse diese Viecher. Aber diese muss ich wohl erledigen. Oh. Ich hätte A drucken müssen. Hier den. Wow. Was war das? Gegen wen kämpfe ich denn jetzt? Gegen den. So. Was macht er da? Was macht er da? Du sollst nicht auf den... Auf seinen Schwanz springen? Hm. Na gut. Ich würde sagen, das war eine leicht verdiente Kiste. Auch wenn Link sich angestellt hat. Aber hey. Ich hab nur das befolgt, was die Taste mir da angezeigt hat. Link ist dann selber gesprungen. So. Kraft-Armbänder. Juhu. Alles klar. Jetzt kann ich hier einfach das aufheben und zurück gehen. Tada. Das war's. Wunderbar. Und ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge hier. Ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich dafür. Hallo. Oh nein. Hilfe. Ganz herzlich dafür, dass du zugesehen hast und dran geblieben bist. Vielen Dank dafür. Und beim nächsten Mal... Wow. Beim nächsten Mal geht's dann zu den... Hallo. Zu... Hallo. Nein. Lass mich in Ruhe. Zu den Inseln, wo wir eigentlich hinwollten. Ah. So. Tschüss. Schre skills. Sahh? Ah. Entschuldigung. Entschuldigung. ittelung. Entschuldigung. thats fermier.